Meine Lieblingsserie! Vergiss es! Gib mir die Fernbedienung! Wehe, du scheitest um! Ich liebe diese Folge! Schön! Dann schauen wir sie eben zum 20. Mal! Ich werde lieber was essen! Wo ist die Pizza? Was? Christi, du hast das letzte Stück genommen? Ja, durch die Serie habe ich Hunger bekommen! Du denkst nur an dich? Du bist so gierig! Du bist gierig! Ich werde nicht mehr mit dir reden! Mädels, ich muss ihnen helfen, sich zu versöhnen! Ich habe eine Idee! Hi Mädels, kommt vorbei! Senden! So, die Operation Freundschaft beginnt! Was? Du bist auch da? Ich dachte nur Ron ist da! Keiner! Der Plan hat funktioniert! Sie sind da! Die Speisekarte bitte! Danke! Mal sehen! Ich werde zuerst! Nein, ich! Der Kellner hat mir die Speisekarte gegeben! Nein, mir! Gib sie her! Auf keinen Fall! Gib sie her! Oh nein! Es läuft nicht nach Plan! Das ist meine! Nein, meine Speisekarte! Ich will sie! Das ist meine Speisekarte! Meine Speisekarte! Wer soll das jetzt bezahlen? Hast du den Tisch reserviert? Du wirst dafür bezahlen! Du schon wieder, Holly! Guckst du auf meine Zahlenkombination? Boah! Mädels, ich bin's! Es war nur ein Streich! Wann, das ist nicht lustig! Holly, ist das mein Pulli? Ich hab ihn schon seit Monaten gesucht! Es wird immer schlimmer! Du klaust immer meine Sachen! Deine Sachen stehen mir besser! Ach ja? Lass uns kämpfen! Friendship Combat! Selfish Holly gegen Greedy Christy! Runde 1 Du bist gierig! Nein, du! Los, kämpfe! Nimm das! Unsere Freundschaft ist vorbei! Ich brauch dieses blöde Freundschaftsarmband nicht mehr! Ich auch nicht! Ah, meine Haare! Durch diesen leckeren Snack werden sie sich versöhnen! Ich lass eine Tüte für beide da! Die ist für Christy! Und die hier ist für Holly! Sie kommen! Autsch! Ich stell die Tüten an ihren Platz! Und hau schnell ab! Oh nein, der heiße Kaffee ist verschüttet! Ist das für mich? Das ist lieb von dir, Christy! Wow, danke, Holly! Haben sie sich wirklich versöhnt? Oh, was? Du schon wieder! Es ist deine Schuld! Du hast mit Absicht alles auf dem Schreibtisch verschüttet! Du machst alles kaputt! Geh weg von meinem Schreibtisch! Oh Mann, die hassen sich immer mehr! Was hab ich getan? Ich hab sie! Ich hab die zweite! Bleibt hier, Mädels! Die Handschellen sind zu eurer eigenen Sicherheit! Was ist hier los? Wo sind wir? Wir sind der Versöhnungs-Service! Seht euch dieses Foto an! Christy! Sieh mal, das sind wir! Wie wir uns für deinen Geburtstag vorbereiten! Weißt du noch? Ich hab eine ganze Woche bei dir gewohnt! Und da haben wir eine Tischdecke aus dem Café gestohlen! Und was ist das? Oh oh! Was? Du hast dich hinter meinem Rücken mit Run verabredet? Du Schlange! Ich will dich nie wieder sehen! Oh Mann, das war nicht Teil des Plans! Was hast du getan? Das ist deine ernste Mission! Du hast wieder alles ruiniert! Wow! Ist das ein neuer Trend? Eure Armbänder sehen toll aus! Wir müssen diese Handschellen loswerden! Hör auf zu ziehen! Was ist los? Ich kann sie nicht schreiben! Hör auf! Ich kontrolliere eure Hausaufgaben! Wer will antworten? Ich! Ich hab gelernt! Holly, nimm die Hand runter! Christy! Ah! Du bist so stark! Du hast mir fast das Handgelenk gebrochen! Geh ab! Dieser Versöhnungs-Service hat die beiden nicht gerettet! Ich bin endlich zu Hause! Oh nein! Ich will dieses Bild hier nicht mehr sehen! Du gehörst in den Papierkorb! Ex-beste Freundin! Ich spiel erstmal Among Us! Ich hab nur noch eine Aufgabe! Was? Warum ist dieses Bild hier? Ich hab's doch weggeworfen! Verschwinde! Ich muss den Impostor fangen! Ah! Du schon wieder? Wie geht das? Es muss schwarze Magie sein! Hallo? Bist du ein Exorzist? In meinem Zimmer geht etwas Seltsames ab! Ein Bild meiner ehemaligen besten Freundin sucht mich heim! Ich bin das Medium! Zu deinen Diensten! Was ist denn los? Dieses Bild verhält sich seltsam! Zeig mal! Oh, ich rieche ein gebrochenes Herz! Und Fotopapier! Ich werde deine Aura säubern! Drittes Auge! Zeig mir, wer sich hier versteckt! Fort mit euch, dunkle Geister! Erwache, Seele! Zeig mir die Wahrheit! Das Medium sieht alles! Oh, hier ist deine Antwort! Dieser hinterhältige Geist ist genau da! Run! Warst du das? Fort mit dir, Dämon! So, fertig! Ich will mein Honorar! Danke für deine Hilfe! Ruf mich an, wenn du wieder meinen Service brauchst! Hände weg! Das ist für die Geister! Wo ist mein Lehrbuch? Ah, was ist los? Sei vorsichtig, Digga! Du hast mir fast den Arm gebrochen! Lern lieber, wie du deinen Spind richtig öffnest! Es ist so einfach, dass sogar du es kannst! Oh, sie streiten sich immer noch! Ich muss etwas unternehmen! Ich schneide hier etwas ab und hier! Jetzt müsst ihr zusammenarbeiten! Ich hab die Schnauze voll von dir! Bye! Oh Gott! Schau dir deinen Rock an! Steht dir! Was? Oh nein! Ha! Schau dir deinen Rock an! Meine Oma trägt auch seine Unterwäsche! Oh, was machen wir jetzt? Los, komm her! Los geht's! Eins, zwei, drei! Setz dich! Es hat geklappt! Das Freundschaftslevel geht nach oben! Ich hatte nichts damit zu tun! Eine Freundschaftsvermittlungs-App? Mal sehen! Zwei Prozent Übereinstimmung! Keiner passt zu mir! Wow! Christy! Einhundert Prozent Übereinstimmung! Ich werde mir eine neue Freundin suchen! Nur drei Prozent Übereinstimmung! Nein! Einhundert Prozent! Es ist Holly! Was soll ich machen? Vielleicht sollten wir uns wirklich vertragen! Eine unbekannte Nummer! Hallo? Was? Ron? Ich bin schon auf dem Weg! Ron, ist alles okay? Wir haben einen Anruf bekommen! Was? Es ist eine Bombe! Rettet mich! Christy, was sollen wir tun? Schneide das Kabel durch, Holly! Welches? Schneide das Rote durch! Es hat geklappt! Ja! Ich hatte solche Angst! Holly, du bist so mutig! Mädels, was ist mit mir? Na gut, egal! Solange ihr euch vertragen habt! Wie fandet ihr unser Video? Schreibt uns, ob ihr euch schon mal mit eurer besten Freundin gestritten habt! Vergesst nicht, Wuhu zu abonnieren! Und drückt doch auf die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst! Wir freuen uns!